Mein Name ist Uwe Sauter, ich arbeite in der Firma Stähle in Schifferstadt. Die Firma Stähle in Schifferstadt gibt es schon seit 1965. Hier werden Aerosoldosen hergestellt für verschiedenste Kunden. Dazu zählen medizinische Produkte für Automobilindustrie, für Baustoffe, Bauschaum usw. Wir hatten die Idee, dass wir eine Roboterzelle konstruieren müssen, wo wir einen Rungenwechsel, also einen Palettenwechsel machen können, ohne dass die Anlage zum Stillstand kommen muss. Hier werden sogenannte Trichter gefertigt, das sind die Deckel der Aerosoldose, also das Oberteil. Der Roboter nimmt dann diese Teile in einem Strang, nennen wir das, das ist dann ein Verbund von ca. 200 von diesen Trichtern, also Oberteilen, und setzt es dann in diese Rungen ein, das sind diese schwarzen Einlegeplatten. Da gibt es natürlich sicherheitstechnisch einige Sachen zu beachten. Dadurch kam dann diese Schleusenfunktion in Betracht bei uns. Das haben wir dann in Verbindung mit SSP zusammen konstruiert. Als letzte Idee haben wir die Möglichkeit gesehen, diese Haube, die diese Schleusenfunktion gewährleistet, mit dem Roboter zu verschieben, damit wir da keinen weiteren zusätzlichen Antrieb benutzen müssen, sondern den Roboter verwenden können. Und dadurch haben wir halt eine perfekte Schleusenfunktion. Man kann diese Zelle öffnen an dieser Stelle, ohne dass der Roboter stehen bleiben muss, und können somit diesen Rungenwechsel durchführen. Um die Schleusenfunktion zu gewährleisten, gibt es dann auch noch diesen Suffix direkt an dieser Haube, die bewegt wird, und über einen Zylinder, der angesteuert wird, wird dann dieser Suffix betätigt. Und somit haben wir eine sichere Abfrage, ob die Schleuse verriegelt ist, beziehungsweise auch sicher abgefragt wurde. Das war jetzt seit längerem wieder ein größeres Projekt, wo wir dann diverse Dinge von neu gedacht haben und wollten das Thema Sicherheit auf jeden Fall gut abdecken. Und da haben wir dann die Firma SSP gefunden. Da haben wir dann gesehen, dass die ein Komplettangebot uns liefern können. Das sind dann diese Simplifier. Das Ganze hat mich dann von vornherein begeistert, weil durch diese WLAN-Kommunikation von den Geräten ein Vertratungsaufwand wegfällt, der doch in größerer Umfang gemacht werden muss in der Regel. Der Zaun wird komplett mitgeliefert und auch zusammengebaut, wenn man das möchte. Dann haben wir diese T-Guards, das sind diese Türgriffe und Zuhaltungen, diese mechanischen. Und zusätzlich noch diese Suffix als zusätzliche Sicherheitsabfrage. Ein weiterer Vorteil von SSP ist, dass sie auch die Risikobeurteilung sowie das Sicherheitskonzept geliefert haben und in dieser Zusammenarbeit auch die Schleusenfunktion entwickelt wurde. Dadurch sind wir zu einer sehr guten Lösung gekommen, die kosteneffizient ist und auch, sagen wir mal, robust zu verbauen ist. Die Projektbegleitung durch SSP war für mich stets wirklich super. Wir haben in allen Bereichen immer Hilfe gehabt. Wir haben nicht lange rumtelefonieren müssen oder so. Wir waren immer direkt bei dem Ansprechpartner, den wir brauchten oder wurden direkt weitergeleitet. Auch bei der Planung von dem Schutzzaun vor Ort wurden dann Maße genommen beim Aufbau und so weiter. Es wurde wirklich immer super Unterstützung geleistet. Die Vorteile, die ich bei Safety Simplifier sehe, ist der dezentrale Aufbau, dass die Kommunikation drahtlos funktioniert, wenn man das möchte, dass man nur die 24 Volt anschließen muss. Der Rest funktioniert über WLAN. Dadurch ist man sehr flexibel, man kann die Anlagen sehr gut erweitern und auch für weitere Projekte habe ich mir dann schon überlegt, SSP bzw. Simplifier weiter einzusetzen, um alte Bestandsanlagen auf ein sicherheitstechnisch neues Level zu bringen.